Die Uhr geschließt, ist ja ganz heil, aber wir sehen, begrüssen, treue Leute, sehen, was der kommt, da geht die Liga, als der Matthaus und der Schwarzenberger, hier alle! Über 1000 Mitwirkende aus der Schweiz, Frankreich und Italien und natürlich aus Deutschland werden wieder die Innenstadt bereichern und dem Fest eine besondere Note geben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Sie sehen, wir haben es wieder geschafft, nach einer fast zweijährigen Vorbereitungszeit Waldkirch ins Mittelalter zu versetzen. Und Sie sehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und Sie sehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wo lernt man das? Ja, da müsst ihr einen Schamanen, der euch das Ball bringt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Zu Avignon verschanzt, die feige Sau! Die feige Sau! Ziemensalz! Ziemensalz! Und der Unterlegene in das Zwischenfinale. Wir sind vom hohvorlöblichen Erzherzog Ferdinand als hohes Schiedsgericht bestimmt worden. Wir sind vom hohvorlöblichen Erzherzog! Wir sind vom hohvorlöblichen Erzherzog! Wir sind vom hohvorlöblichen Erzherzog! Es war mir ein äußerst großes Vergnügen! Und ich bin sehr erstaunt, welche kräftige Burschen hier im Tal erwachsen sind. Wir hoffen, das ganze Fest war kein Verdruss, so sagen wir dann hier zum Schluss. Damit ist klar, man sieht sich wieder dann im dritten Jahr. Und wenn es Spaß gemacht, dann wird es geschehen. Freuen wir uns aufs Wiedersehen! Und wenn es Spaß macht, dann wird es bitte eine große Stärke und die Stärke und die Stärke. Vielen Dank.